Ohne Fußball könnte ich nicht glücklich sein. Fußball ist alles, einfach alles. Bosco Arena fordert Menschen in Österreich auf, durch kreative Aktionen Geld zu sammeln, welches den Jugendlichen in Brasilien gespendet wird. Das Sozialwerk Don Bosco ist sehr wichtig für mich, denn es hält mich von der Straße weg. Ich wohne in der Favela, das hier lenkt mich von der Armut ab. Ich mache Dinge, die ich mag und ich lerne hier viel. Fußball ist ein gutes Instrument, um die Kinder von der Straße zu holen, aus der gefährlichen Welt des Drogenhandels, wo sie als Kuriere missbraucht werden. Durch das Spiel aber bekommen sie Werte. Die Straftat, die ich begangen habe, war, dass ich ein Auto geklaut habe. Ich war wegen Drogenhandel im Gefängnis. Ich habe ein Verbrechen begangen. Ich habe jemanden entführt. Die meisten Kinder und Jugendlichen, die in die Kriminalität involviert sind, mussten innerhalb ihrer Familie große Armut und Misere durchleben. Dadurch entsteht ein Teufelskreis zwischen Verzweiflung, Kriminalität und Drogenhandel. Gewalt und Drogenhandel sind für die Jugendlichen unmittelbare Gelegenheiten, wenn auch keine guten, aber sie bieten Möglichkeiten, schnell zu Geld zu kommen. Das ist der Grund für die Verbreitung der Gewalt. Ich bin ins Jugendgefängnis gekommen. Von dort wurde ich in das Programm von Don Bosco überwiesen. Hier habe ich viel mehr Freiheiten und kann mit einer Psychologin reden. Sie unterstützt mich und zeigt mir Möglichkeiten auf. Sie lernen, an sich selbst zu glauben und daran, dass sie ein besserer Mensch im Leben sein können. Wir werden mit offenen Armen empfangen, mit offenem Herzen, mit offenem Geist. Die Hauptaufgabe des Werkes ist die Berufsausbildung, damit Jugendliche die Chance haben, aus dem Kreislauf von Armut und Gewalt auszubrechen. Don Bosco gibt mir die Stabilität für einen Schritt in ein richtiges Berufsleben. Der einzige Ort, wo man mich nie im Stich gelassen hat und wo man immer an mich als Mensch geglaubt hat, war das Sozialwerk von Don Bosco. Durch Fußball lernt man, diszipliniert zu sein, Ruhe zu bewahren, Geduld zu haben. So ist Fußball, wie das Leben. Man muss Respekt voreinander haben. Viele Kinder sind erst einmal sehr schüchtern, wenn sie hierher kommen. Über den Fußball öffnen sie sich, finden Freunde und gewinnen mehr Selbstvertrauen. Viele Kinder leben in aggressiven Verhältnissen und sie reagieren deshalb selbstaggressiv. Durch Fußball lernen sie, mit Aggressionen umzugehen, sie zu kanalisieren. Sie finden Raum für andere Gefühle, für Freundschaft und Spaß und sie lernen, einander zu unterstützen. Das ist die große Veränderung, die wir hier beobachten. Du, der du in Österreich bist, egal ob du Kind bist oder Jugendlicher, Unternehmer oder Privatperson, mach mit, werde Teil dieser wunderschönen Kampagne. Das ist die große Veränderung, die wir hier beobachten.